An Sie beide die Bitte, drei Sätze, drei Elemente, worauf muss eine Partei achten, wenn sie im Jahr 2016 bei einem Wahlkampf erfolgreich sein will? Ich mache es ganz kurz, einklifft einmal an klare Haltung, authentisches Personal und Dialogoffenheit. Wer hat uns gesagt? Dialogoffenheit ist jetzt das A und O, einen sehr guten Kandidaten, was ich für noch wichtiger halte. Und der dritte Punkt ist ein Wählerbild, ein klares Wählerbild. Denn man muss sich heute genau ansehen, mit wem will ich eigentlich, ich sage mal, koalieren, wer ist der Wähler. Der eventuell nicht muss natürlich einen großen Kreis ziehen, wenn ich CDU bin, mit dem ich etwa mit Lob für dich werde. Und das hat die ganze Zeit nicht richtig gemacht, oder? Meiner Ansicht nach kennt die Partei ihre Wähler nicht mehr so gut, wie es mal war.